wie johol und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lodot und die auch heute mal nachkommentiertes Gameplay und ja das einzige was ich heute ansprechen wollte ist wie es momentan mit YouTube ist und ja im Hintergrund sieht die wie gesagt eine Runde Lodot habe ich meinen Rekord gebrochen mit den meisten Kills was die Kills angeht und ja also was ich ansprechen wollte wie geht es mit YouTube weiter eigentlich geht es ganz gut weiter denn besonders jetzt ist es wie es soweit das täglich ein bis zwei wenn sogar drei Videos kommen aber zumindest öfters zwei Videos diese wie jetzt die letzten Tage nur eins denn das lag aber eigentlich nur daran dass ich viele Tests Prüfungen blablabla habe hatte und ja das heute ein großes Problem dann blieb mir halt nicht so viel Zeit wie YouTube und schreibe ich meine letzte Klausur und deshalb kommt hier aus und nur so nachkommentiertes Gameplay einfach damit nicht mehr Zeit habe um noch zu lernen und ja wie man hier im Hintergrund schon sieht läuft es bisher ganz gut es kommt auch die nächste Welle und ja was ich noch ansprechen wollte vielleicht wird bald ne neue Serie mit Weekly FIFA kommen und müssen wir uns noch mal was überlegen und ja mal schauen dass wir aber sowas ähnlich ist ein Weetting National Team nur das wird das hat sie zwei machen und dann ja ich werde es schon noch sehen ja das war ich das äh alles was ich momentan ansprechen wollte gibt es sonst noch was ähm ja Black Ops 3 ich frage dich bestimmt wieso kommt das gerade nicht naja ich hab momentan nicht gerade so viel Geld und ja bis bald schauen aber so Weihnachten normalerweise dann wird das so als vielleicht als ähm ein Jahr auf YouTube Special sein die erste Folge oder ich werde es mir vielleicht früher mal kaufen muss ich mal schauen jo ähm was gibt es sonst noch zu sagen also bisher bis jetzt die Serien besonders FIFA 16 kommen richtig viele Serien ich will auch wieder mal eine neue Folge Retro FIFA machen um das wird dann wahrscheinlich nochmal FIFA 15 oder vielleicht auch FIFA 14 oder 13 muss ich mal schauen oder vielleicht mal auf dem Tablet FIFA 15, FIFA 14 oder FIFA 13 komm mal schauen und ja bald wird auf jeden Fall nur noch neue Folge BMX Montage kommen und muss ich mal schauen wann ich das hochhalten werde ich glaube für den Adventskalender wird es auf jeden Fall gehalten sein ansonsten natürlich Angry Birds natürlich die FIFA Serien dann natürlich Lowdown momentan bringe ich das ja wieder bisschen öfter das wird aber auch nachher sobald Black Ops 3 kommt werde ich jetzt nicht mehr soviel zocken ansonsten ja das haben wir sonst noch so vielleicht kommen wieder mal ein paar folgende Crew wo wir einfach vielleicht ein paar Reden machen und wissen mit dem Dingens rumfahren mit dem wie heißt es ähm mit dem mit meinen Wagen rumfahren da habe ich auf jeden Fall ein paar die nicht allzu schlecht sind und ja ansonsten wie man hier sieht ein 23er Killstreak zack haben wir noch ein Kill und noch ein 24er Kill Streak und dann sind wir auch schon sozusagen fast tot ja können wir mal kurz schauen zack und dann sind wir tot kurz vor der 25er Killstreak schade aber es ist nicht so schlimm so und dann ist es auch schon vorbei Match gewonnen wir haben gewonnen wir sind der wichtigste Spieler wie man hier jetzt hin wird oder will ich sagen was ist von dem Video wir sehen uns im nächsten Video bis dann haut rein und ciao